Das ist Franklin und das ist ein kleines, schönes Luftschiff, was wir jetzt abschieben werden. Und das ist ein Helikopter, den werden wir nun auch abschieben. Und das ist ein Sterb. Und davon werden wir jetzt noch mehr weitere sammeln. Aber natürlich nicht einfach so, weil das wäre jetzt nicht so, sondern wir sind unsterblich. Was wir jetzt tun werden? Ist das Speedy-Jagen? Oh. Oder fahren wir davon. Los geht's, Leute. Und damit moin, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute ein bisschen um Gottmode gegen das Spiel schießen und 5 kleine Fassungen kriegen. Und am Ende... Oh, scheiße, wir können uns nicht schocken. Und am Ende werden wir in... Oh, leider nicht gelohnt. Am Ende werden wir in die Militärbahn. Auf Wiedersehen. Oh, ich bin주고 da. Oh, leider nicht gelohnt. Oh, leider nicht gelohnt. Oh, leider nicht. Oh, leider nicht. Ich habe, Alter, das Ganze zerstört. Nein, ich bleib niemals stehen. Ich bin der Mann! Ich habe die Leute, die ich bin. Ich bin der Mann! Leute wie du machen mich so zu bauern, Homest. Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Das war's. Dammit! Man, du brauchst Hilfe! A lot of Hilfe! You all ready? Better be! Good to go! Open fire! We did it! Oh Leute, ihr seht gerade nicht, weil die Kerne drüber ist. Wir haben 4 Sterne. 4 Sterne sind immer easy. Wenn wir tauschen. 3 4 Sterne sind immer easy. Aber 5 Sterne. 4 Sterne. T slatt欸! Ihr wollt mich? your team! ey ihr seht! Dann CRUNCHMILCHM! zu verme! Pour Klein bonded aus! Wh n r sha? Geil, die Panzer des Autos Ja Leute, ich muss mich aber erst mal eben wieder anschauen, wie die Stellung überhaupt Was? Weil ich mich nicht zu schar, dann geht die ARP, aber... Fück mich niemals neben! Ich kann nicht Was? 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 Fuck! You suck! Fuck you! Weird as a motherfucker! Fuck are you, fuck! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hey, people like you make me wanna bounce, Moe! Shoot me, D! Oh, me! Man, you need help! A lot of them! I'll kill all you fuck! You better cover me! I'll kill you! I'll kill you! I'll kill you! You can't hide! You can't hide! Officer down! We need help! Get your ass, Moe! You can't hide... I'll kill you! Man... You can't hide! I'll kill you! You can't hide! You can't hide! You can't hide! Fuck you! You can't hide! Oh man, ich hab mich nicht aufgelenkt, ich hab mich nicht aufgelenkt, ich hab mich nicht aufgelenkt Oh, ich hab mich nicht aufgelenkt, ich hab mich nicht aufgelenkt Was von mir die太 Ich hab mich nicht aufgelenkt, すğindert Ich hatte mich nicht aufgelenkt Ich hab mich nicht aufgelenkt Oh, reibing. da war ja noch jemand bei denen oder das ist spannend vorbei die Jungs oder bei der hey ich würde mich ja nicht verraten hey du 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 wie viele die hier einfach sind das ich ja 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 Ich hab gestorbt und alles, weil ihr wolltet. Die Leute sind eh die Leine-Typ. Abhauen! Ok, Leute, jetzt fahren wir zum Militär-Bail. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann zum Militär-Bail-Typ schaffte. Jo, Leute, Mann! Ich bin's wieder frankly. Leute, wir sind jetzt an der Militär-Base angekommen. Und wie ihr seht, die Sternchen sind weg. Und das Arznei von uns hat sich natürlich ein bisschen erweitert hier. Ich würde sagen, wir stürmen da jetzt einfach mit dem Karabiner rein. Und schauen wir mal, wie schnell wir da wieder auf unsere 5 Sterne kommen. Natürlich, ihr wisst genau, wenn wir reinrennen, man hat ja echt 4 Sterne. Das ist irgendwie... die DTT, 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 DTT. Was hier war, dann hat sich die Panzer... oder die Jets, noch mal schon. Aber die Rampen haben Leiter gebetrieben. Die kommen zu mir, und dann ist der Kappel-Typ schaffend. Okay, Leute, ich habe die Schaffer. Ich habe die Schaffer, ich habe die Schaffer, ich habe die Schaffer. 웃ungsvolle Musik, Die Schaffer, ich habe die Schaffer. Om, DTT gerät eine Schlage. Ich habe sie zurückgeoben. so, der geht dir nicht mehr so gut aus dann raus, das ist mein Panzer da ist wieder Aulang so, der Panzer ist nicht zu lang meiner ok, ich hab ihn ja rüber so, der Panzer ist nicht zu langer aber ich habe ihn nicht zu langer, der Panzer ist nicht zu langer hallo, ich habe ihn nicht zu langer die kleine Panzer ist nicht zu langer die Kaffee die R草 der Panzer ist nicht zu langer die Schweren der Panzer ist nicht zu langer ich bin ja mira, ich bin ja die Schweren das ist nicht Müll Nein! Scheiße! Ich kann den nicht. Wir machen Panzer. Nein! Lach nicht rein! Mein Panzer! Geht hinher! Feuerleute bin... Genau. Hört mal nur das Löcher meiner Stimme an. Ich weiß nicht. Ich habe einen Jettbewerb, ich habe einen Jettbewerb, ich habe einen Jettbewerb. Ich habe einen Jettbewerb, ich habe einen Jettbewerb, ich habe einen Jettbewerb. Ich habe einen Jettbewerb, 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 ich habe einen Jettbewer hey, wie soll ich denn? oh schade JAAAAAAAAAAAAAAA Ah, hüge auswärtig, aber halt doch nicht direkt. Okay Leute, mit dem Jet kommen wir ja nicht raus, aber wir werden ja auch raus. Mit dem Jet schauen wir nicht hier die Sachen, die das zerstören. Wir müssen... Wir müssen noch nicht verhandeln. Ich bin der Gangster-Lammer. Ich bin der Gangster-Lammer. Ich bin der Gangster-Lammer. Ich bin der Gangster-Lammer. Guck genau wie ich meine. Komm mal her, komm mal her. Komm her, komm her, komm her. Ne, du haugst jetzt nicht ab, du haugst nicht ab. Ja, schieß gegen mich, schieß gegen mich, komm! Hallo! Wo ist vor dem? Verboten! Verboten! Oh, der ist mir doch gesprungen, wie Idiot! Oh, ich muss nur mit mir anderen Hunter zu bekommen! Wie haben wir hierhin? Hä? Haben Sie gerade den Hett getroffen? Hier, 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 ich bin jetzt, bisschen! Schau, 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 ich kann auch nicht lange wieder weg! Nein, 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 bitte nicht! Hey, nicht jetzt mit EGLO! Ich schieß jetzt, nicht EGLO, Digga, nicht jetzt! Nein, 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 nein! Ein leichter roll, roll-rollt, roll-rollt. Die schnapp ich mir jetzt, damit die hau ich ab. Nein, du hättest stehen. Jetzt meiner. Scheiße. Scheiße, Mann. Hey, Digga. Oh, oh, gerade. Ah, du Scheiße, Leute. Treib doch nicht direkt. Oh, Digga. Alter, die übertreiben wir direkt hier mit Pantan. Irgendwie ist das gar nicht so ein schlechter Mensch. Hallo. So, du für Sicherheit im Start. Bleib doch stehen. Der hat ja dich auch in die EO spielt. Der schießt ja eigentlich die ganze Zeit mit Raygun. Ich werde very, was ich transpiratet. Das ist doch nicht so vie�, wie wir schon. Zacch-Knecht. What? Was ich halte die Haltung? Wir sind fast. Nein, ich habe es zu gehen. Okay. Punkt. Okay, Schreiber. Ich habe es zu gehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Hier Leute, wir hauen das einfach ab, einfach ab Mission Freedom Mission Freiheit Nein, 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 nein Scheiße Digga, Triebeck ist ja komplett ausgefallen, alter Scheiße, 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 scheiße Oh Oh, das ist ja, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Hey, ich bin da, ich bin da. Wenn ich Mechaniker habe, bist du ja gar nicht da. Scheiße, ich brauche ein Taxi, man. Dann, warum hast du denn kein Taxi für mich? Ich glaube, wir müssen an die Straße gehen. Woher kam der denn? Tschüss, Digga! Jaaaa! Gib mich schon nicht erst nach mir! Komm schon bitte! Er hat mich geschossen, aber hat mich nicht gesehen. Komm schon, ich möchte gerne mal wieder verlieren. Scheiße, Digga! Hey! Stopp! Stehen bleiben, Rehe! Wie kam die Rehe? Boah! Da kam noch mal eine Rakete an, Alter! Da kam noch nicht! Wir sind in der Luft! Wir sind in der Luft! Kamri zu tun! Wir sind in der Luft! Los, Oh! Da sind die Rehe! Leute, wir sind entkommen. Wir haben keine Stellen mehr. Oh man, Franklin, was ist mit dir passiert? So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Hallo? Ich hab keinen Stern mehr, warum ballast du immer noch auf mich? So Leute, das war mit dem Video. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.